Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge und heute so, der Podcast mit Tylees. Oder soll ich eher sagen, ohne Tylees? Ja, heute war Abreisetag, die Kinder sind schon längst abgereist. Wir hatten einen wunderschönen gemeinsamen Morgen, einen Start oben auf dem Sportplatz, wo wir übernachtet hatten gestern alle gemeinsam. Wir sind dann gemeinsam mit unserem ganzen Gepäck runter, haben zusammen noch gefrühstückt, haben nochmal zusammen auch in den Zelten Reflektionen gemacht, uns vorbereitet für den Abschied auch ein bisschen. Und dann war es schon soweit, dann kamen schon die ersten Eltern auf den Platz und dann flossen einige Tränen bei Tymmern, bei Tylees. Es war echt eine wunderschöne Zeit, die zwei Wochen lang. Wir haben es richtig genossen als Team, mit euch Kids zusammen dieses Z-Lager zu gestalten und freuen uns natürlich umso mehr, euch nächstes Jahr wiederzusehen, sei es als Teamer, sei es als Tylee, egal auf welcher Freizeit, wir freuen uns, euch zu sehen. Ja, wir durften dann auch das Gelände ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen und sind dann auch bereit, nach Hause zu gehen. Wir freuen uns sehr, nach Hause zu gehen, sind natürlich auch ein bisschen traurig, dass diese zwei Wochen wieder so schnell vergangen sind und sind gespannt auf 2025. Also, vielleicht gibt es diesen Podcast auch nächstes Jahr wieder oder auch nicht, wir sehen es. Und wenn nicht, einfach gerne die alten Folgen immer wieder gerne anhören. Tschüss!